Baddhahasta Ardha Padmasana ist der halbe Lotussitz mit gefalteten Händen. Für viele Menschen die wichtigste Meditationshaltung. Du hast einen Fuß unter dem Oberschenkel, den anderen Fuß auf den Oberschenkel und faltest so die Hände. Und so sind die unteren Chakras nach vorne hin bedeckt, die Energie kann nach innen gehen und die Energie kann in der Sushumna in die höheren Chakras nach oben steigen. Eine zweite Variation ist die Hände zu falten hinter dem Rücken. Und damit kannst du den Brustkorb nach vorne wölben und die Schulter nach hinten geben, was eine schöne Herzensöffnung ist. Oder du kannst dich auch in dieser Baddhahasta-Variation nach vorne beugen. Und dann wäre es auch Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana. Und dann wäre es auch Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana. Und dann wäre es Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana. Und dann wäre es Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana. Und dann wäre es Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana. Und dann wäre es Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana. Und dann wäre es Yoga Mudrasana in Ardha Padmasana.